Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des F&W Börsencocktail. Vor etwa einer Woche hatten wir endlich das Wahlergebnis in den USA. Ein Ereignis, auf das die ganze Welt eigentlich in diesem Jahr schon gewartet hat. Natürlich auch die Finanzmärkte. Dann am Abend des vergangenen Mittwochs noch ein weiteres Ereignis, das man so schnell vielleicht auch nicht unbedingt erwarten konnte. Die Ampelregierung in Deutschland ist zusammengebrochen. Das war dann noch das Sahnehäubchen auf diesen Tag. Ich freue mich heute sehr, einen Gast bei mir im Studio begrüßen zu dürfen, mit dem ich die Folgen des Wahlausgangs diskutieren werde. Und ich erhoffe mir auch, ihm noch Tipps und Ideen zu Schweizer Aktien entlocken zu können. Also bleiben Sie dran! Jetzt begrüße ich ganz herzlich Thomas Steinemann, CIO der Privatbank Bellrief. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Silvia, freut mich, danke. Ja, ich habe es angesprochen. Jetzt haben wir Donald Trump mit einer weiteren Regierungszeit im Weißen Haus ab dem 20. Januar. Ja, die Märkte haben das natürlich mit ganz viel Euphorie aufgefasst. Der Wix ist auch, also der Volatilitätsindex der Aktien ist auch relativ schnell abgesunken. Wie würdest du das jetzt einordnen? Ist das so eine typische Marktreaktion nach dem Motto, «Shoot first and ask questions later?» Also erst mal losschiessen und sich dann vielleicht noch mal hinterfragen, weil mir scheint die Euphorie in den letzten zwei Tagen flacht so ein bisschen ab. Wie siehst du das? Ja, genau. Die flacht eben auch ab und ich denke jetzt, so wahnsinnig nach oben geschossen ist es auch nicht. Also wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ja, aber eigentlich so viel ist jetzt eigentlich doch nicht passiert seit dieser Wahl. Also es war natürlich vor allem auch im Vorfeld schon ja vieles passiert. Wir haben im Vorfeld der Wahl schon den Bitcoin-Kurs nach oben gehen sehen und die Zinsen sind schon nach oben gegangen. Also es war ja schon vorher in den Märkten die Erwartung eigentlich auch drin, dass dieses Ergebnis so rauskommen würde. Also die Märkte haben eigentlich klar gesagt, sie gehen von einem Trump-Sieg aus. Die öffentliche Meinung war ja viel gespaltener. Man hat gesagt, das wird ein Kopf-on-Kopf-Rennen und ich glaube, zum Glück kam es dann eindeutig raus. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Wer auch immer jetzt gewinnt, wichtig war ein eindeutiges Ergebnis. Weil ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass es jetzt Wochen und Monate in eine Unsicherheitsphase kommt, wo die Juristen aufeinander losgehen. Und ich glaube, das wäre schlecht gewesen. Ja, genau. Ich denke, nichts fassen die Märkte so sehr wie Unsicherheit. Insofern war das sicher eine Erleichterungsrallye auch gleich zu Beginn. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt so den US-Aktienmarkt anschaue, da wird ja schon das Thema Steuersenkung und Deregulierung sehr stark gespielt. Also wenn ich mir die Small-Mid-Caps anschaue, die ja bereits Aufholpotenzial hatten, auch schon vor der Wahl, die haben jetzt deutlich zugelegt. Würdest du sagen, das ist gerechtfertigt, dass gerade die kleineren, mittleren Unternehmen, deren Valoren jetzt etwas gehypt werden an den Märkten? Ja, ich weiß nicht, ob es nur jetzt die kleinen KMUs sind. Ich glaube, es geht ja mal generell um die Unternehmenssteuerung im Allgemeinen. Aber natürlich, die kleinen sind sicher auch davon, werden davon profitieren. Aber ich denke, auch die grossen. Und was natürlich ist, ich habe gerade neulich mit jemandem aus Irland gesprochen, nach dem Wahlergebnis. Er hat gesagt, es ist ja grauenhaft, das Wahlergebnis. Er hat gesagt, ja, warum denn? Oder was er meint. Er hat gesagt, ja, Apple hat ja den Hauptsitz in Dublin. Und wenn jetzt die Steuern, die Unternehmenssteuern zurückgehen, dann gibt es das Risiko, dass Apple wieder zurück nach Amerika geht. Also insofern gibt es natürlich, hat dieser Steuereffekt dann schon auch Auswirkungen auf die Grossen. Jetzt muss man auch schauen, was denn auch wirklich kommt. Ich möchte daran erinnern, Trump hat ja die Unternehmenssteuern schon mal gesenkt. 2016, als er kam, auf die gegenwärtigen 21 Prozent, etwa von 35, wenn ich es recht im Kopf habe. Also das war schon ein massiver Schritt. Wie viel denn jetzt überhaupt noch da drin liegt, muss man sehen. Allzu viel, weiss ich jetzt nicht. 21 ist schon ziemlich tief. Wir haben jetzt ca. 5 Prozent so in den Raum gestellt. Man muss sehen, auch mit den Zellen, was da dann wirklich umgesetzt wird oder ob das einfach als Druckmittel gehandelt wird. Aber so alles in allem, wenn ich so das Deregulierungsthema anschaue, für die Banken ist das eigentlich so ein Doppelwopper. Also für die Banken in den USA, Deregulierung wird in Aussicht gestellt und die Zinskurve hat sich versteilt. Das heisst, das lange Ende ist ja wirklich nochmal deutlich angestiegen. Ist das der Moment, wo man sich auch in Grossbanken engagieren sollte als Anleger oder würdest du sagen, da ist langsam aber auch die Luft draussen? Ja, nein, ich glaube schon, dass die Finanzindustrie generell, Banken auf jeden Fall auch sicher profitieren werden und auch als Investment interessant sind. Ich meine, wir haben das alte Problem, dass Banken halt in der Regel nicht die allerbesten Investments sind, weil halt die Gewinne oft nicht da landen, wo wir es alle gern hätten, nämlich beim Shareholder, sondern woanders. Also insofern habe ich da ein bisschen meine generellen Vorbehalte. Aber jetzt als Industrie, als solche werden die Banken schon profitieren. Und er hat uns ja jetzt schon, Trump hat ja schon viel gesagt, vorher und nachher, unter anderem wird der SEC-Chef entlassen, der dann, der bisher für eine starke Regulierung stand, man wird sehen müssen, ob das jetzt, ob das jetzt dann wirklich so alles kommt. Man interpretiert jetzt natürlich schon sehr viel rein, wird dann sehen, ob die Suppe wirklich so heiss gegessen wird, wie sie gekocht wird. Aber so diese Schuldensuppe, die ist ja nun wirklich, die brodelt ja nun wirklich, würde ich mal sagen. Also die USA haben bereits einen Schuldenberg bei etwa 120 Prozent. Das BIP, das Defizit wird mit Sicherheit weiter aufgeblasen. Das wäre aber auch bei Harris so gewesen. Und die Anleihenmärkte nehmen das natürlich vorweg, indem eben die langen Renditen angestiegen sind. Der zehnjährige Treasury ist etwa bei 4,4 Prozent. Siehst du da noch Luft nach oben? Und werden diese höheren Zinsen irgendwann auch den Aktienmärkten schaden? Ja, also zunächst mal mit den Schulden. Natürlich sieht es jetzt so aus, dass die Schulden steigen und nicht fallen. Aber wir müssen schon mal schauen, die grossen Schuldenschübe in der Vergangenheit, die kamen immer durch Krisen und die kamen nicht durch die einzelnen Regierungen. Es war 0,8, möchte ich erinnern. Das war damals gegen das GDP dann auf die Gegend von 100. Vorher war es irgendwie 70 so. Und dann passierte nicht mehr viel, obwohl während demokratischen und republikanischen Regierungen, das war marginal. Und dann kam Corona, das war der zweite grosse Schub, in dem die Verschuldungen dann von 100 auf 120 gingen. Und seither ist auch nichts mehr passiert. Also Biden hat die Schulden auch nicht nach unten gebracht. Ich möchte in dem Zusammenhang an diese riesen Infrastrukturprojekte erinnern. Du erinnerst dich, ich meine, Biden hat 4'000 Milliarden Ausgaben versprochen und auch umgesetzt, diese Infrastructure Acts, Anti-Inflation Acts, wie sie alle heissen, Chip Home, Home Chip Act. Das waren riesige, riesige Programme, die die Verschuldung auch nach oben gebracht haben, beziehungsweise sicher nicht nach unten. Ich bin mir also nicht so sicher, ob jetzt die Verschuldungsthematik gerechtfertigt ist, dass die jetzt unter einem Trump viel höher wird, als sie unter anderem wären. Ich glaube, seine Idee ist, durch die Steuersenkung eine sogenannte Supply-Side oder angebotsorientierte Politik zu machen, dass natürlich dann die Unternehmensgewinne quasi überproportional steigen und so dann die Einnahmen quasi über eine boomende Konjunktur eben wieder aufgefüllt werden. Also, dass dieses Verhältnis zwischen Schuldenstand und BIP auch von der Wachstumsseite quasi unterstützt wird. Ja, dass quasi boomende Unternehmensgewinne zu mehr Steuereinnahmen führen und so die tiefen Steuern quasi idealerweise sogar überkompensiert werden. Du hast es erwähnt, auch bei Biden sind die Zölle erhöht geblieben, beziehungsweise die Regierung Biden hat in diesem Jahr auch die Besteuerung auf Importe aus China noch mal nach oben gesetzt. Also da hat es seit der ersten Regierungszeit von Trump eigentlich keine Änderung gegeben. Im Gegenteil, das Zollthema war eigentlich immer da, nur wenig thematisiert. Jetzt steht es wieder im Raum, weil Trump das auch als sein Lieblingswort im Wörterbuch definiert hat. Zölle, super. Das wird quasi alle Probleme lösen. Siehst du das gerechtfertigt an, dass hier ein Inflationsschub noch mal auf uns zukommt? Sollte er seine Pläne umsetzen, diese Zölle wirklich extrem nach oben zu setzen? Das steht ja auch noch im Raum. Kurzfristig gibt es, wenn das so kommt, dann gibt es kurzfristig einen Preisschub. Aber Inflation ist ja die laufende Veränderung der Preise. Also wenn die einmal erhöht werden, dann gibt es einen Inflationssprung und das war es dann. Das ist jetzt nicht ein kontinuierliches Anziehen. Aber ja, klar, solche hohen Zölle hätten natürlich einen Preiseffekt. Jetzt muss man schauen, was da kommt. Ich glaube, auch da unterscheiden sie sich ja nicht von den Demokraten. Ich meine, das war ja eines der wenigen Themen, wo man sich einig war. China gilt es zu bekämpfen und die einheimische Wirtschaft irgendwo zu schützen. Also es ist Protektionismus. Das stimmt. Das ist sicher nicht ideal. Wir kommen sicher noch drauf. Aber das hätten die Demokraten auch gemacht. Und jetzt muss man schauen, was da passiert. Und ich meine, vielleicht ein Aspekt dazu. Ich meine, viele Industrien in China, aber auch in Europa sind natürlich subventioniert. Das muss man natürlich schon auch sagen. Also das sind ja nicht freie Märkte und freie Preise. Und dass man da jetzt irgendwo etwas macht, ich glaube, da herrscht in den USA Konsens. Also das sehen die Demokraten genauso. Ob das jetzt 60 Prozent ist, klingt schon etwas heftig, aber das wird man sehen. Ja, das kann ja auch als Druckmittel, reines Druckmittel dienen, um andere Ziele durchzusetzen mit den Handelspartnern. Ich meine, in Europa auch. Ich meine, ich glaube, die Angst vor Europa mit den Zöllen. Ich meine, wir haben einfach auch subventioniert. Ich glaube, es geht ja nicht um einen Rundumschlag, um Zölle, einfach alle Zölle zu erhöhen. Ich glaube, weder die Europäer müssen sich Sorgen machen in Industrien, die normal im Markt sich bewähren. Ich meine, Stahlindustrie in der EU, ja, die ist subventioniert. Ich würde jetzt erwarten, dass da Zölle kommen. Aber jetzt irgendwo in einem Konsumbereich, Kleider, normal, weiss ich jetzt nicht, ob da wirklich angedacht ist, dass man da die Zölle drauf erhöht. Auch für die Schweizer Unternehmen, aber da kommen wir ja noch drauf. Ja, also er redet ja oft von flächendeckenden Zöllen, die dann zwischen 10 und 20 Prozent sein sollen. Und für China nochmal on top ein weiterer Zollsatz. Aber eben, das steht noch in den Sternen, was da wirklich umgesetzt wird ab dem 20. Januar. Vielleicht noch zu den Bewertungen. Das ist ja kein unwichtiges Thema, auch für die Aktienmärkte. Und das war vor dem Trump-Trade eigentlich auch schon immer wieder mal in der Diskussion. Auch außerhalb der Magnificent Seven. Siehst du die Bewertung etwas strapaziert im Moment? Ja. Bei US-Aktien, aber auch bei europäischen Aktien? Oder wie siehst du das? Ja, ja, natürlich. Die Bewertungen, wenn man sie jetzt vor allem misst, an traditionellen Kennzahlen, wie dem Preis-Kurs-Preis-Verhältnis, da sind natürlich, das lässt sich nicht wegstreiten, die Bewertungen sind hoch. Ja, wie geht das weiter? Ist das ein Grund für eine Kursschwäche? Ich denke, nein. Warum nicht? Wenn man schaut, was treibt die Gewinne, was treibt die Preise? Die Preise werden durch Liquidität getrieben und die Gewinne werden durch den Konjunkturzyklus getrieben. Und wenn wir jetzt zunächst die Liquidität anschauen, dann gehe ich davon aus, dass die Liquidität weiter steigt. Weil die Notenbanken die Leitzinsen weitersenken? Weil die Notenbanken die Leitzinsen weitersenken. USA ist erst am Anfang des Senkungszyklus. Europa ist für einmal vorausgegangen. Liquidität sind aber nicht nur die Leitzinsen, es sind auch die Kreditbedingungen der Banken usw. Und da sieht man eindeutig, dass wir hier eher im untern Bereich sind, dass das langsam nach oben geht. Also von der Liquidität her werden die Preise unterstützt werden. Jetzt die Gewinne, die hängen jetzt vom Zyklus ab. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir im Konjunkturzyklus? Ich glaube, wir müssen uns etwas lösen von dieser europäischen Depression. Ich glaube, wenn man Europa anschaut, dann hat man das Gefühl, oder vielleicht zum Teil auch zu Recht, dass man in einer Depression ist und dass es nicht so toll läuft. Aber wenn man den Blick etwas öffnet nach USA, auch nach Asien, jetzt mal abgesehen von China, dann läuft da schon viel. Die Konjunktur nimmt zu, die Konjunkturdynamik gewinnt an Fahrt, in wesentlichen Teilen der Welt, inklusive USA. Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang des Aufschwungs. Und eigentlich das mit der Rezession, das ist jetzt aller Voraussicht nach gegessen. Wir haben lange dieses Jahr über Softlanding versus Rezession geredet. Das war es jetzt. Und es geht jetzt eigentlich eher Richtung Aufschwung. Das würde heissen, die Gewinne, ich erwarte, dass die Gewinne auch zunehmen. Und damit bleiben die Bewertungen einfach hoch. Also die Preise gehen hoch, die Gewinne gehen hoch und damit bleiben die Bewertungen hoch. Aber das heisst nicht, dass die Kurse deswegen nach unten gehen müssen. Deswegen. Also ja, ich denke, wenn über Europa gesprochen wird, dann fällt sehr auf der Blick eben auf Deutschland. Und da bewegt sich halt das BIP seit zwei Jahren nur seitwärts. Und das Zusammenbrechen der Ampelregierung hat sicher dem Case jetzt nicht unbedingt im Moment geholfen. Wobei man schauen muss, wie es weitergeht. Aber gerade in Europa denkst du, die Exportunternehmen, die klassischen Exportunternehmen werden jetzt etwas unter die Räder kommen, wenn ein Protektionist im Oval Office sitzt. Muss man da mit vorsichtiger Hand an die entsprechenden Aktienwerte herangehen? Ja, du sagst es ja quasi. Natürlich ist grundsätzlich eine protektionistische Politik ist Gegenhandel und das belastet grundsätzlich irgendwo die Exporte. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass alle Exportfirmen, gerade im KMU-Bereich, in der Industrie, in Nahrungsmitteln, name it, die nicht im staatlichen Einzugsbereich sind, glaube ich nicht, dass jetzt da gross, dass da grosser Schaden angerichtet wird, weil ich erwarte dort keine grossen Zollerhöhungen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, viel wichtiger wäre, dass, wenn du Deutschland schon angesprochen hast, dass wir dort, durch bessere Rahmenbedingungen bekommen, das würde der Wirtschaft viel mehr bringen als immer dieser Blick nach Amerika. Ich erinnere mich, ich bekomme vielleicht noch auf die Aussichten. Man muss die Ausgaben machen, auch in Europa, unabhängig werden. Ganz genau, man muss die eigenen Sachen in Ordnung bringen und dann klappt es auch mit den Exporten. Ja. Jetzt vielleicht noch zur Schweiz. Auch nicht ganz unwichtig, die USA sind grösster Handelspartner. Ich denke, etwa 19 Prozent der hiesigen Exporte gehen über den Atlantik in die USA. Das hat sich auch gewandelt. Früher war das Deutschland. Jetzt in die USA. Wie siehst du das Potenzial der Schweizer Aktien? Und kannst du mir noch sagen, so einem Aktienportfolio, was die Gewichtungen betrifft, wärst du in US-Aktionen übergewichtet? Wo siehst du Europa und wo siehst du Schweizer Aktien? Also zunächst mal, vielleicht wenn ich mit der letzten Frage, muss man noch mal alles sagen, ich glaube, drei Fragen. Also ich glaube, die Gewichtung, ich glaube, die Gewichtung würde ich klar USA übergewichten. Ich glaube, da geht jetzt die Musik ab. Da ist nicht nur Fantasie drin. Ich glaube, man sieht es, es ist eine Aufbruchsstimmung, wieder einmal mehr, so wie man es halt ein bisschen aus Amerika kennt, im besten Sinne. Ich glaube, da wird schon, da wird die Musik spielen. Da ist dann die Frage für uns Schweizer oder Europäer, was passiert mit dem Dollar? Das muss man ja auch immer ein bisschen die Währung noch im Auge halten. Im Moment steigt der Dollar. Das hängt mit diesem Optimismus irgendwo zusammen. Wahrscheinlich geht das noch eine Weile, aber grundsätzlich wertet der Dollar natürlich ab. Es ist es. Wenn dann die Zinsenken und die Amerikaner richtig mit den Zinssenkungen kommen, gehe ich davon aus, dass der Dollar dann auch wieder tendenziell nach unten geht, was dann aber auch wieder die amerikanischen Börsen beflügelt. Und Europa, Schweiz, siehst du mehr Potenzial bei Schweizer Aktien oder so bei dem, sagen wir mal, Stocks Europe 600? Ich sehe jetzt mehr Potenzial in den Schweizer Aktien. Wenn man jetzt gerade die kleinen Titel anschaut, die haben doch ziemlich, wie soll ich nicht, zum Teil gelitten, also VAT zum Beispiel. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Ich denke, hier sind wir sicher nicht davongelaufen. Wir sind bei den Großen, haben wir natürlich ein wahnsinnig gutes, schönes Rallye gesehen, bei Versicherungstiteln, Versicherungswerte, die sind natürlich herrlich nach oben gegangen, aber ich glaube, jetzt im Verhältnis sehe ich da eher die kleineren Titel mit einem grösseren Aufholpotenzial. Also auch in der Schweiz eher die Nebenwerte, die dir jetzt im Moment interessant erscheinen. Ich muss dich jetzt aber trotzdem mit vier Einzelaktien konfrontieren, weil mein Kollege, unser Auslandskorrespondent in New York, der Valentin Aade, hat letzten Freitag einen Artikel veröffentlicht und er hat gewisse Tipps zu Schweizer Aktien abgegeben, die unter Trump profitieren könnten. Jetzt möchte ich gerne deine Meinung dazu abholen. Okay. Der erste Name, den ich hier auf meinem schlauen Zettel habe, das ABB. Ja. Was denkst du über diese Aktie? Ja, ich weiss nicht, ob der USA-Effekt jetzt bei ABB so gross ist. Ich glaube, ABB ist eine tolle Firma. Die haben jetzt eine neue Führung bekommen. Die alte Führung war sehr erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass das fortgeführt wird. Sie sind ja im Bereich in den USA in dieser Energieeffizienz auch unterwegs. Ich glaube, dass das weiterhin ein Thema ist. Es wird halt unter Trump eher nicht mehr so wahrscheinlich so im Vordergrund stehen, das Thema Energieeffizienz oder ja, Ökologie. Von daher glaube ich, dass das ein guter Titel ist, den man haben muss. Aber ich weiss jetzt nicht, ob er wirklich von Trump her so viel profitiert. Ich möchte auch noch an die Sanktionen erinnern. Wenn dann die Amerikaner auf die Chinesen losgehen und sanktionieren, dann schauen die, welche anderen Firmen liefern weiterhin nach China. Das war ein bisschen das ABB-Thema. Und dann kommt der Titel halt dann indirekt unter Druck zum Teil, wenn dann irgendwie quasi die Amerikaner dann Druck machen, was die Sanktionen ausgeht. Also ich finde den Titel sehr gut, aber ich weiss jetzt nicht, ob Trump wirklich... Ich halte fest, ABB-Verhalten und Optimismus. Ja, oder mindestens, ich sehe kein Trump-Defecht jetzt, aber muss man haben, ja. Ja, Holzim. Ja, Holzim hat ja das US, die werden ja das US-Geschäft abspalten. Ich glaube, Firmen, die natürlich dann lokale Units irgendwie haben, die profitieren letztlich davon. Ja, Infrastruktur, Bauten, das bleibt ein Thema. Ehrlich gesagt, es war aber vorher schon ein Thema. Wir hatten ja unter Biden vorhin gesagt, diese ganzen Infrastruktur-Acts, die gab es ja schon. Da hat auch Holzim, Sika kommen wir vielleicht noch, Holzim ja auch schon, profitiert. Grüner Zement ist halt eher, ich weiss nicht, ja, ob das jetzt auch so ein Thema ist, das jetzt unter Trump kommt. Auch hier würde ich sagen, unbedingt haben, aber ich weiss nicht, ob man ihn wegen Trump muss. Und kaufen, haben. Kaufen. Kaufen. Ja, ja. Alkong, die haben heute noch ihre Quartalszahlen präsentiert und an die Leser. Wir haben auch ein interessantes Interview mit dem CEO von Alkong heute auf unserer Webseite. Was hältst du von dem Thema? Ja, finde ich gut. Ich finde, es ist ein Geschäftsbereich, der, wenn man so will, eher etwas unpolitisch ist. Es sind nicht teure Pharmagüter, die dann eher etwas in der Schusslinie sind, sowohl der Demokraten als auch der Republikaner. Also von daher sehe ich das auch so. Haben wir jetzt ein bisschen eine Formschwäche, wie du schon gesagt hast, aber klar, sicher ein guter Titel. Bossart? Bossart hat ein relativ grosses US-Geschäft, 30 Prozent, glaube ich, wenn ich es recht, etwa im Kopf habe. Die haben auch lokale Städten, die haben auch jemanden erworben, kürzlich, jetzt mal schauen, das ist richtig gesagt, Penn Engineers. Also von dem her gut aufgestellt. Alle, die irgendwie lokal was haben, sind da gut aufgestellt. Große Zulieferer von Tesla. Tesla ist jetzt auch nicht so das Ur-Trump-Thema, aber ich glaube, da ist eine Liebe entstanden zwischen, scheinbar zwischen Musk und der Titel, der hat ja auch stark profitiert. Ich denke, davon wird Bossart schon auch profitieren. Dann halte ich fest, du stimmst mit Valentin mehr oder weniger überein, ob das mit Trump zu tun hat oder nicht. Diese vier Titel fändest du auch interessant. Andere Titel, die dir aufgefallen sind, die vielleicht Potenzial noch haben? Ja. Ja, also Belimo ist zum Beispiel auch nochmal bei denen, weil wir vorhin von den Kleinen gesprochen haben, ist natürlich ein Titel, der schon sehr weit gegangen ist, preislich, nach wie vor aber sehr attraktiv ist. Ich glaube, diese ganzen Gebäudebauten, ich glaube heute Neubauten, auch Firmenbauten oder diese ganzen KI-Gebäude, die da gebaut werden, die sind alle topmodern, da spielen die ganzen Automatisationen eine Rolle und da spielt Belimo schon eine grosse Rolle. Okay, prima. Jetzt zum Abschluss, du hast es angesprochen, jetzt muss ich da natürlich auch darauf zurückkommen, wie sieht es aus mit Kryptowährungen? Ist das etwas, was ihr für eure Kundschaft auch anbietet, ist das etwas, wo ihr Potenzial seht, auch in der längeren Frist, weil das ist der klassische Trump-Trade jetzt gewesen, also die Kryptos, nicht nur der Bitcoin, haben stark zugelegt. Wie stellt ihr euch zum Thema Kryptowährungen? Also wir beobachten jetzt in unserem Fall konkret jetzt nicht eine wahnsinnig grosse Nachfrage, also wir bieten in dem Sinne auch keine Produkte oder in der Art etwas bei uns an, aber das muss man auch nicht, das kann man ja auf dem Markt sich sonst irgendwie beschaffen. Also ich finde das Thema schon sehr interessant und ich glaube, wenn man diese Kryptowährungen jetzt anschaut, dann muss man sich ein bisschen, glaube ich, von dem Gedanken lösen, dass das so eine quasi etwas ist, das man nicht anlangen kann und dass es deswegen nichts ist. Ich glaube, solange die Leute etwas einfach einen Wert zubilligen, hat es ein gewisses Interesse und ich finde, es funktioniert, solange es funktioniert und solange alle dran glauben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das bei Kunst nicht anders. Es ist ehrlich gesagt bei Gold auch nicht anders, weil die haben ja keine Erträge, diese Sachen haben alle keine Erträge, an denen man dann einen Wert festmachen kann. Das gilt halt auch für Kryptowährungen. Also insofern, wenn man mal diesen ersten Schritt mental macht, dass man sagt, das gehört einfach in den Bereich von Gütern, die keine intrinsischen Werte haben, aber deswegen trotzdem einen Wert haben, weil man es einfach daran glaubt, dann finde ich ja, dann ist das etwas sehr Interessantes und was eben auch immer mehr jetzt kommt, sind ja nicht nur diese Kryptowährungen, sondern die Technologie, die im Hintergrund läuft. Also diese zum Beispiel bei Solana oder bei Ether, das sind ja dann diese Blockchain-Technologien, da geht es gar nicht in erster Linie um die Währungen, sondern da geht es ja eigentlich um eine FinTech-Technologie. Und darum ist das Ganze schon zu Recht sehr dynamisch und auch zu Recht bleibt das in einem Fokus. Haben wir eine Anlageklasse jetzt noch nicht angesprochen, die man aber unbedingt im Portfolio haben sollte. Also du hast es schon gesagt, Gold hat korrigiert nach diesem Wahlergebnis. Das war eigentlich der Hauptperformer in diesem Jahr, nebst Silber. Rohstoffe generell sind etwas unter Druck. Ähm, wie siehst du das? Muss man die noch haben? Ist das jetzt ein Einstiegsniveau? Ja, ich finde, wir haben jetzt noch nicht über Gold und Rohstoffe gesprochen, die laufen eben schon nicht ganz gleich. Also wir hatten jetzt eigentlich zehn Jahre eigentlich eine Rohstoff-Misere, wenn man so mehr oder weniger will. Also diese Zyklen, die durch Rohstoffe durchlaufen, da scheinen wir jetzt am Anfang eines Uptrends zu sein. Ob das jetzt Kupfer, Nickel, das läuft jetzt einige Zeit schon, aber wenn man mal den Fächer auftut, die letzten zehn Jahre hat man da kein Geld verdient. Das läuft jetzt etwas. Auch durch die künstliche Intelligenz, also diesen Hype um alles, was mit ... Auch, auch. Und natürlich eben diese seltenen Erden, man braucht Lithium, dass man braucht Batterien, Stichwort Energie. Die grüne Welle. Die grüne Welle, Energietransformation. Also ich erwarte schon in diesem Rohstoffbereich, dass das etwas ist, das die nächsten zehn Jahre klar bestimmen wird. Gold hatten wir jetzt schon eigentlich eine gute, in den letzten 20 Jahren sogar, eigentlich eine fantastische Performance. Da wird es sich jetzt auch ein bisschen eine Konsolidierung geben. Und ich glaube, es sind dann eher die Rohstoffe, die traditionellen Rohstoffe, die eine grössere Rolle spielen in Zukunft. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für das interessante Gespräch. Danke auch. Danke auch an das Publikum. Bitte geben Sie uns doch Feedback, so oder so. Sie können auch gerne Kommentare hinterlassen zu unserem Video. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.